Als N-Wagen wird eine Gattung von Personenwagen der Deutschen Bundesbahn bzw. der Deutschen Bahn AG bezeichnet. Für den Einsatz im Nahverkehr, aber auch zur Verstärkung von Schnellzügen beschaffte die Deutsche Bundesbahn zwischen 1958 und 1977 insgesamt mehr als 4.800 Wagen in drei Grundrissformen. Reine 2. Klasse, 1. und 2. Klasse sowie Steuerwagen mit Gepäck und 2. Klasse Großräumen. Der Kennbuchstabe N bedeutet nach dem UIC-Bauart-Bezeichnungssystem für Reisezugwagen Nahverkehrswagen mit einer Länge von mehr als 24,5 Metern, Großraum mit Mittelgang in der 2. Klasse mit 12 fiktiven Abteilen und Seitengang in der 1. Klasse, 2 Mitteleinstiegen und konventioneller DB-Wendezugsteuerung. Merkmal der Serienwagen war die unlackierte Außenhaut des nicht rostenden Edelstahl, dem dafür typischen aufgebürsteten Faunaugenmuster unterhalb des Fensterbandes, was ihn in den Spitznamen Silberling einbrachte. Die ersten Steuerwagen besaßen am Führerstandsende eine Übergangsmöglichkeit zum nächsten Wagen, weshalb der Lokführer rechts des Ganges in einem zugigen kleinen Räumchen, auch unter dem Spitznamen Hasenkasten bekannt, saß. Ab 1972 wurden die Lokführer dann aus ihrem Hasenkasten befreit und steuerten jetzt ihren Zug von modern gestalteten Karlsruher Kopf. Der Erfolg des Produkts bewog die Deutsche Bahn, ab 1990 die Wagenflotte zu modernisieren. Sitze wurden neu bezogen, Gepäckablagen geändert und die Wagen mit neuer Außenlackierung versehen. Es entstand eine Vielzahl unterschiedlicher Varianten, die als Redesignwagen bezeichnet wurden. Der Karlsruher Kopf erfüllte ebenfalls nicht mehr den Vorstellungen von einem modernen Arbeitsplatz. Aus diesem Grund wurde Anfang der 1990er Jahre vom RRW Wittenberge der Prototyp eines neuen, modularen Führerstandes entwickelt, bekannt unter dem Namen Wittenberger Kopf. Technisch wurde der Steuerkopf aufgerüstet, welche die Steuerung jetzt mit Diesel als auch mit Elektro-Lokomotiven ohne weiteren Umbau des Führerstandes ermöglichte. Nach dem gleichen Schema wurden auch zahlreiche Ex-Deutsche Reichsbahn-Reco-Wagen, die Halberstädter Mitteleinstiegswagen, zu Wittenberger Steuerwagen umgebaut. Durch ihre weite Verbreitung waren die N-Wagen ein natürliches Ziel für Spitznamen. Silberling ist nur einer von den vielen. Mit der Lackierungsvielfalt tauchten Namen wie Grünlinge oder Mindlinge. Später als Verkehrsrot die Farbe der Farben war, wurden sie zu Rotlingen. ESU hat unter der Marke Pullmann diese Rotlinge, die N-Nahverkehrswagen in Verkehrsroter DB Epoche 6 und die Ur-Silberlinge Epoche 3 aufs H0-Gleis gesetzt. Die Wagenmodelle der N-Wagen Silberling in Verkehrsroter Ausführung Epoche 6 der DB einschließlich des Steuerwagen Wittenberger Kopf sind eine Formneuheit und exakt maßstäblich wiedergegeben. Sie sind in folgenden Varianten im Fachhandel erhältlich. Steuerwagen 2. Klasse BNR-DZF 483.1 Artikelnummer 36474 Sitzwagen 2. Klasse BNRZ 451.4 Artikelnummer 36474 Sitzwagen 2. Klasse BNRZ 451.4 Artikelnummer 36471 Sitzwagen 1. und 2. Klasse ABNRZ 418.4 Artikelnummer 36473 Die Sitzwagen sind unkompliziert mit einer ESU-Innenbeleuchtung nachrüstbar. Nach Abheben des Wagendaches kann die ESU-Beleuchtungsplatine dann an den freiliegenden Lötfahnen am Wagenkasten angelötet werden. Die Inneneinrichtung ist mehrfarbig ausgeführt. Die Sitzbänke sind separat eingesetzt. Die Faltenbälge an den Wagenenden sind gefedert ausgeführt. Die Bedruckung und Lackierung ist makellos sowie trennscharf und entspricht dem derzeitigen Betriebszustand. Freistehende Griffstangen sowie geäzte Trittstufen an den Wagenenden und an den Einstiegen runden den hervorragenden Gesamteindruck der Wagen ab. Die Drehgestelle sind mehrteilig ausgeführt mit Nachbildung der Klotz- oder Scheibenbremsanlage einschließlich der exakten Nachbildung der glatten Scheibenräder in der verkehrsroten Ausführung der Epoche 6-Wagen. Achslagerbleche und Halbachsen sorgen für eine reibungsfreie 8-Punkt-Stromabnahme. Die Bügelkupplungen sind im kulissengeführten Normschacht nach NEM eingesetzt. Für die AC-Variante ist ein entsprechender Radsatz unter der Artikelnummer 41200 erhältlich. Der befahrbare Mindestradius beträgt 360 mm. Die Wagen haben eine Länge über Puffer von 303 mm. Der Steuerwagen ist bereits ab Werk mit einer digitalen Stirn- und Innenbeleuchtung für DCC und Motorola-Betrieb ausgestattet. Die jeweilige Betriebsart kann an der im Steuerwagen verbauten Platine umgeschaltet werden. Folgende Funktionen können am Steuerwagen abgerufen werden. F0 Lichtwechsel, Weiß-Rot F1 Führerstandsbeleuchtung F2 Beleuchtung Fahrgastraum F3 Gepäck- und Mehrzweckraumbeleuchtung F4 Zugzielanzeige F5 Führerpultbeleuchtung F6 Fernlicht Mit der Formneuheit des N-Nahverkehrswagens Silberlinge der Epoche 3 und 6 der ESO-Marke Pullmann wird ein weiterer Wunsch der H0-Bahne erfüllt. Ein Nahverkehrszug gebildet aus den Ur-Silberlingen der Epoche 3 oder den Epoche 6 Wagen lässt was Detaillierung sowie digitale Ausstattung betrifft keine Wünsche offen. H1 F1 F3 3 Salvador